Mahlzeit zusammen, mein Name ist Thomas, herzlich willkommen in unserem ersten Türchen von unserem ersten Adventskalender. Wie ihr als treue Hörer natürlich wisst, bin ich natürlich nicht alleine. Ich habe heute Morgen schon mein erstes Türchen aufgemacht, doch statt Schokolade grinste er mich an. Hallo Jonas! Ja, hallo! Und sie ist die Einzige, die mir meinen größten Weihnachtswunsch erfüllen kann, unsere liebe Nell. Servus, jetzt muss ich aber mal fragen, was ist denn dieser Weihnachtswunsch? Kannst du dir überlegen. Du kannst dir auf jeden Fall schon ungefähr denken, ne? Dieser eine Satz. Och nee! Kommen wir vielleicht wieder darauf zu sprechen. Wir haben ja bis zum 24.12. ein bisschen Zeit. Von daher kannst du dir ja vielleicht überlegen, bis dahin kann diese wunderschöne Party hier weitergehen. Ja, ich hatte ja eigentlich die Grüße vorbereitet, allerdings muss ich ja sagen, ist ja, der Adventskalender steht ja unter einem keinen guten Stern, muss ich sagen. Es ist ein bisschen verflucht. Wir haben die Aufnahme, ich glaube, dreimal verschoben. Heute haben wir den auch nochmal zeitlich verschoben, ordentlich nach hinten. Ich nehme quasi schon fast mitten in der Nacht auf. Für mich, alten Mann, ist eigentlich schon Schlafenszeit so ungefähr. Nein, nicht ganz, aber ja, die zwei und der verfluchte Adventskalender könnte man die ganze Geschichte hier auch nennen. Hat einen netten Klang. Ja, wie ist denn für euch so die Erwartung an den Kalender? Ich meine, wir haben ein bisschen drüber gesprochen, wir haben ja jetzt ordentlich Vorlaufzeit gehabt. Ich meine, es ist eine ganz ungewohnte Aufnahme, nicht dieses typische, wir gehen die Folge durch, sondern etwas anders. Ja, also ich erwarte halt, dass es relativ kurz ist. Okay. Ich meine, es freut sich wahrscheinlich, wenn es kurz wird. Ja, was sind meine Erwartungen? Keine Ahnung. Also ich habe einfach die Hoffnung, dass es den Hörern auch gefällt. Also, dass die da auch Spaß dran haben und dass es dann nicht irgendwie heißt, boah, das war scheiße, was ihr gemacht habt. Ja, vor allem muss man ja sagen, du als Spoiler-Queen musst auch ein bisschen aufpassen beim Kalender jetzt, ne? Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich mir tatsächlich auch schon gedacht. Und ich bin auch bei meinen Sachen manchmal gar nicht so sicher, ob die nicht zu leicht sind oder ob die zu schwer sind. Oh, werden wir sehen, ich bin gespannt. Mal abwarten. Ihr kennt meine Notizen ja noch gar nicht, ne? Ja, richtig. Ihr habt die ja in das Podcast-Skript reingeschrieben online, aber ich kopiere mir das ja immer raus und schreibe das bei Word. Ihr kennt meine auch nicht, ich habe meine auch rauskopiert. Auch diese ganze Begrüßung jetzt zum Beispiel. Es ist unser erster Adventskalender. Wir sind ja gespannt, wie es bei den Hörern ankommt, wie ich mir das gerade schon sagte. Ja, bevor wir jetzt aber in die Vollen gehen, erkläre ich mal ganz kurz, wie dieser ganze Kalender überhaupt funktioniert. Mir wurde schon im letzten Jahr gefragt, warum wir denn keinen Kalender machen. Und wir waren zu dem Zeitpunkt gerade mal ein halbes Jahr on-air in dem Sinne. Von daher haben wir, da habe ich mich dran gedacht, Jonas. Also gerade wir in unserer Anfangszeit, noch ohne Nell damals. Das war ja überhaupt kein Thema gewesen bei uns, ne? Ne, also ein Adventskalender wäre für mich, glaube ich, das letzte gewesen zum damaligen Zeitpunkt, woran ich gedacht hätte, dass wir sowas machen. Also da war ich einfach froh, dass wir im Wochenrhythmus überhaupt hingekriegt haben, ein paar Podcast-Aufnahmen zu machen. Stimmt. Also da ist man ja teilweise schon am Zahnfleisch gegangen und ne, also ein Adventskalender, das hatte ich überhaupt nie auf dem Schirm. Ja, Nell, du als Podcast-Liebhaberin, die auch andere Podcasts hört, du bist, glaube ich, für sowas sowieso offen, ne? Ja, natürlich. Ich meine, du kriegst dann von deinen Lieblings-Podcastern jeden Tag was zu hören. Wer will das nicht? Das weiß ich nicht, ob das einer von uns haben möchte. Von mir wahrscheinlich schon, von euch weiß ich nicht so. Nein, kleiner Spaß. Dieses Jahr haben wir uns noch nicht mal die Frage gestellt, ob wir einen machen, sondern überhaupt in welcher Form, ne? Aber wir hatten da kurz überlegt, ob wir einen Kalender machen, mit Türchen für Türchen besprechen, so eine Adventskalender-Folge. Aber ganz ehrlich, ich sag mal, wer uns kennt, wer Nell kennt, wer mich kennt, ich weiß, glaube ich auch, so Adventskalender-Folgen, die hört man dann an einem Stück weg und nicht so Tag für Tag ein bisschen, oder? Oder seid ihr da Fans von jeden Tag so fünf Minuten zu hören? Also nein, nein, das krieg ich nicht hin, aus Prinzip nicht. Ich halte diese Spannung nicht aus. Ich hör die Dinger ja sogar direkt, wenn sie rauskommen. Hallo, hier, was soll ich die im Advent hören? Also, nee. Bei dir, Jonas? Also ich hab teilweise auch die Adventskalender-Dinger, ähm, hör ich die auch in einem dann weg, also wenn die komplett draußen sind. Also ich hatte ja auch mal eine ganze Zeit lang, hatte ich ja immer den Drei-Frage-Zeichen-Adventskalender, wo man die Türchen jeden Tag ein Türchen aufmachen musste. Ich hab teilweise dann eine Woche gewartet und hab erstmal sich ein Türchen aufgemacht, weil, äh, weil ich mir gedacht hab, boah, jeden Tag so ein klein bisschen, das, ähm, dann war da nix. Dafür hatte ich noch einen Schoko-Adventskalender, da hab ich jeden Tag ein Türchen aufgemacht. Ja, ich weiß noch, damals der fünfte Advent, der kam ja wirklich dann jeden Tag raus, ne, wurde dann jeden Tag released, ein Türchen. Den hab ich noch mitgemacht, mitgenommen, weil es das erste Mal war, fand ich ganz, ganz interessant. Allerdings war ich dann immer relativ schnell raus gewesen. Hast du ein Türchen und dann hörst du den ganzen Tag was anderes, ne, hörst du noch andere Hörspiele und so weiter. Und dann, ach, was war denn gestern nochmal gewesen? Deswegen fand ich das nie so prickelnd gewesen. Und deswegen haben wir auch die schreckliche Bescherung ja auch, ähm, am Stück aufgenommen und nicht von wegen, jeden Tag ein bisschen, wie zum Beispiel Zentrale macht ja, äh, ein Kalender, äh, schreckliche Bescherung, jeden Tag, äh, sprechen die ihr Türchen. Ja, was bleibt denn noch für uns über? Ne, wir haben uns Gedanken gemacht, wie kann man denn einen Kalender für drei Fragezeichen-Fans gestalten? Ja, die Peter-Fans unter euch hätten sich vielleicht gewünscht, dass ich die Straßenrennung bei mir schnappen muss, aber es wäre für keinen Spaß gewesen, von daher, entscheidet das schon mal aus. Ja, was bleibt denn dann noch? Also, ihr könnt entweder, wie unser erster Detektiv Justus Jonas, mit eurem Wissen glänzen, oder aber ihr macht es wie Bob Andrews und versucht euch in Recherchen und Archiv. So, was heißt das jetzt genau? In jedem Türchen sprechen wir über etwas aus dem Befeilzeichen-Universum, aber ohne es beim Namen zu nennen. Das kann eine Folge sein, ein Charakter, ein Autor, alles Mögliche. Wir sagen euch immer, worum es sich handelt. Mal als Beispiel, wir sagen, es geht um einen Charakter und dann unterhalten die drei uns und es fallen halt so Hinweise wie, er ist sehr tief, er ist füllig, er ist unsympathisch und dann kommt vielleicht der eine oder andere auf den Gedanken, es könnte sich um Dick Perry handeln. Oder Justus. Der ist nicht unsympathisch. Na, Ansichtssache. Jonas, sag was. Ich muss jetzt aber ganz ehrlich sagen, ich habe in erster Linie auch an Justus gedacht und nicht an Dick Perry. Ja, das war ja die große Falle, die ich jetzt eingebaut habe, damit die Hörer denken, oh Moment, das ist ja einfach, das ist ja Justus. Nee, 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 so einfach machen wir es euch nicht. Aber es geht ja noch weiter, denn am Ende jedes Türchens sagen wir euch, welchen Buchstaben ihr euch von eurer Lösung notieren müsst. Mal als Beispiel jetzt der erste Buchstabe des Nachnamens, ihr würdet also bei das P von Dick Perry notieren. Und so ergeben sich nach 24 Türchen, 24 Buchstaben, die Hinweise auf eine, drei Fragezeichenfolge geben. Und wenn ihr am Ende wisst, welche Folge wir suchen, schiebt uns entweder eine E-Mail an die2.yahoo.com oder schreibt uns eine Nachricht auf Instagram. Und unter allen Einsendern verlosen wir dann ein Die2-Paket. Ich muss jetzt überlegen, weil Nell und ich haben gestern überlegt, was verlosen wir denn? Wir hatten ja so eigentlich nur am Schirm, wir verlosen eine Wunschfolge als Besprechung, dass der Sieger eine Folge wünschen darf. Aber allerdings haben wir gesagt, weißt du was, wir machen noch ein kleines Die2-Care-Paket und was wir damit da reinstecken. Und wie gesagt, unter allen Einzelnen verlosen wir das dann. So, ich hoffe, soweit so klar, auch für euch beide. Okay. Dann würde ich sagen, starten wir mit unserem ersten Türchen. Und heute suchen wir ein Fortbewegungsmittel. Und Nell, wenn ich mich richtig erinnere, kam dieses Fortbewegungsmittel in deiner allerersten 3-Frage-Zeichen-Folge vor. Ja, das stimmt. Es wird auch von einem Briten gefahren und endet auf der Nummer 13. 1-3. 13. 1-3. 13! Ja, für die Einwanderweise vielleicht schon. Jonas, hast du noch irgendwelche Ideen? Ich meine, allein du kannst ja auch etwas zu der Folge sagen, wo dieses Fortbewegungsmittel explizit vorkommt. Nee, also das, was mir dazu immer einfällt, ist, dass die Nummer, auf die das Kennzeichen endet, in der Folge auch mal irgendwann vertauscht wird, glaube ich. Meinst du denn noch 13 über 3-1? Genau, irgendwann wird nämlich 3-1 gesagt in der Folge. Und da habe ich mich nämlich immer gefragt, was ist denn jetzt die richtige Nummer? Aber es scheint ja auch beides, also ist ja alles richtig, ne? Die sagen, ja, ist okay. Ja, es war damals ein netter Fehler gewesen, da der Sprecher von Carlos das nochmal nachsprechen musste und hat dann so mexikanisch-mäßig hat es der Ganze vertauscht. Das war ein Fehler gewesen, der nicht aufgefallen ist, lustigerweise. Ja, vielleicht noch eine kleine andere Info. Es ist das erste Objekt, was durch eine Telefonlawine gesucht wurde. Also, vielleicht weiß der eine oder andere schon, worum es geht. Und zwar suchen wir jetzt die Automarke. Und für euer Lösungswort, notiert ihr euch bitte den ersten Buchstaben dieser Automarke. Vielleicht noch eine andere Hinweise. Rotes Ledersitze, Kratzer an Stoßstange. Also von daher. Und alles, man hört so schön dieses Ticken von Uhr. Nee, das war ein anderes Auto, obwohl du drin saß. Kratzer war wunderbar, oder? Als Sprecher fand ich ihn toll. Ja. Ja, war, der hatte schon irgendwas. Ja, also wie gesagt, der erste Buchstabe der Automarke ist euer, ja, der erste Buchstabe für euer Lösungswort. Das war's mit Türchen Nummer 1. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann. Bis dann.